Was ist der Vertrauungstakt? Der Vertrauungstakt ist ein essentielles Organ in unserem Körper. Er ist verantwortlich für die Aufnahme von Wasser, von Nährstoffen, von Vitaminen und Spurenelementen. Er beginnt in der Mundhöhle, geht dann über den Schlund zur Speiseröhre in den Magen. Dort wird der Speisebrei dann mit dem Magensaft vermengt. Der Speisebrei wandert dann weiter in den Dünndarm. Dort kommen die Verdauungsenzyme der Bauchspeicheldrüse, der Galle hinzu. Den Dünndarm unterteilt man in drei Abschnitte. Den oberen, also das Duodenum, den Zwölffingerdarm, das Iunum und das Ilium. Der Speisebrei wandert dann weiter in den Dickdarm. Dort wird er eingedickt. Im Dickdarm unterscheiden wir das Kolonaszendenz, das aufsteigende Kolon, das Querkolon, das absteigende Kolon, das Sigma und den Enddarm. Was verstehen wir unter einer gesunden Verdauung? Der Begefühl ist natürlich relativ schwammig. Und ich würde sagen, unter einer gesunden Verdauung versteht man, dass der Körper ausreichend aus dem Speisebrei seine Nährstoffe, seine Vitamine und sein Wasser beziehen kann und der Speisebrei dann den Körper als Stuhl problemlos verlässt, ohne dass vermehrt Blähungen auftreten, ohne dass die Stuhlfrequenz durch flüssige Stühle, durch Durchfälle oder Verstopfung beeinträchtigt wird. In unserem Darm finden wir 100 Billionen Bakterien. Das ist eine Zahl, ein Einser mit 14 Nullen hintendran. Das ist eine Zahl, die können wir uns gar nicht vorstellen. Es sind 100 Mal mehr bakterielle Zellen, wie unser Körper Zellen hat. Und in unserer gesamten Entwicklungsgeschichte vom Homo sapiens aufwärts und auch abwärts sind wir nie ohne diese Bakterien aufgewachsen. Das heißt, diese Bakterien und unser Körper arbeiten eng zusammen. Diese Bakterien unterstützen uns in der Verdauung, sie spalten unverdauliche Fasern, sie spalten Proteine, Fette bzw. Kohlehydrate, sie bilden auch verschiedene Vitamine und helfen uns, diese Nahrung dann aufzunehmen. Sie unterstützen uns in der Immunantwort. Vielleicht vor Augen geführt, im Mäuse-Experiment, wenn eine Maus im vollkommen sterilen Medium aufwächst, kann diese Maus kein funktionierendes Immunsystem ausbilden. Das heißt, die Darmbakterien sind essentiell für die Ausbildung unseres Immunsystems. Und ein weiterer Punkt ist natürlich, unsere Darmbakterien, unsere gesunden, unsere guten Darmbakterien, schützen uns vor pathogenen Keimen, vor schlechten Darmbakterien, wie zum Beispiel Campylobacter, Schigellen, Clostridien und so weiter. Eine gut funktionierende Mikrobiota schützt uns vor pathogenen Keimen. Unser Darm ist natürlich immer wieder auch mit pathogenen, mit schädlichen Bakterien und Viren konfrontiert, die eine Entzündungsreaktion auslösen können. Man muss sich ja vorstellen, beim Darm wird der Speisebrei aufgenommen. Hier haben wir eine ganz vulnerable Kontaktfläche zur Umwelt. Und hier ist unser Immunsystem gefordert, um diese Nahrungsaufnahme und diese Interaktion mit den Darmbakterien zu gewährleisten. Wenn nun verschiedene genetische Veränderungen vorliegen, die diese Entzündungsantwort, diese Immunantwort nicht adäquat ablaufen lassen, dann kann es zu einer verstärkten Entzündung kommen. Zu einer Entzündung, die sich dann nicht wieder automatisch beruhigt, sondern weiter sich vorantreibt und sich immer mehr aggraviert, sodass wir mit Medikamente eingreifen müssen, um diese Entzündungsreaktion wieder herunterzuholen, wieder zu normalisieren.